Wie kommt da jetzt mein Schwarzwalddöner? Reich an Sauerkraut und Bratwurst. Und dann tauschen wir jetzt mal, Herr Rieckmann. Sie nehmen die Kamera für mich. Ich darf da jetzt mal reinbalzen. Ja, mal gucken, wie ich möglichst viel erwische. Einfach mit Wurst. Die Wurst ist schon mal super. Und dann haben wir die Mischung auch bekommen. Also absolut weiterempfehlenswert. Super, der Schwarzwalddöner.